Weiter, weiter, weiter mit Stellaris hier live auf Twitch bei WBS Junger Herde. Mit mir Mats Oman und mit euch auf Twitch und auf YouTube bei unserem Writing Bull. Ja, Stellaris, endlich mal wieder neue Aufzeichnungsstaffel, die heute läuft am Montag, den 7. November inzwischen. Und beim letzten Mal haben wir damit abgeschlossen, dass wir uns bei der Einigkeit, bei den Traditionen auf einen neuen Weg begeben haben. Auf den Pfad der Dominierung. Und wir haben damals gesagt, wenn wir anderen unseren Willen nicht aufzwingen, werden sie das unweigerlich mit uns tun. Das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Und deshalb, 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 deshalb machen wir es folgendes, Leute. Erstmal sehen wir, dass die Kosten für Blocker entfernen günstiger ist. Das bedeutet, dass wir, bevor wir hier irgendwie dominant und dominierend durch das All ziehen, einmal auf unserer Welt und gucken, wo haben wir noch Blocker, die wir entfernen müssen. Die sind nämlich jetzt günstiger. Das könnte zum Beispiel hier sein. Hier haben wir aktive Vulkane. Hat vor Ort 1000 Credits gekostet. Die könnten wir jetzt entfernen. Wir entfernen mal ein, damit wir hier neue Distrikte bauen können. Haben damit auch gleich zwei neue Plätze drin. Hier haben wir auch einen Blocker. Hier können wir Gebirge entfernen. Bringt uns nur zwei weitere Distrikte. Das schiebe ich mal noch auf. Also diese minus 33 Prozent, die sind toll. Aber die brauchen wir jetzt nicht, müssen wir jetzt nicht unmittelbar ausgeben. Hier haben wir noch eine gefährliche Tierwelt. Und wir haben keine weiteren Distrikte frei. Also den würde ich auch ganz gerne entfernen. Geht aber nicht, weil wir das noch gar nicht können. Wir merken uns mal Tierwelt. Hier haben wir auch viele Blocker. Und können was entfernen. Hier gibt es trockenes Holz mit einem Landwirtschaftsdistrikt. Hier gibt es Generatoren-Distrikte, Bergbau-Distrikte. Und insgesamte Distrikte. Aber wir sind überall noch nicht an der Grenze. Machen wir hier auch nicht. Opyra. Jetzt sind wir im Avesius-System. Bei den Vögeln. Keine Blocker. Keine Blocker. Ein Blocker hier. Schau mal rein. Gefährliche Tierwelt können wir noch nicht. Können wir noch nicht. Können wir noch nicht. Und können wir noch nicht. Also haben wir nichts. Und wir sind wieder bei der Hauptstadt. Das sollte dann tatsächlich jetzt klappen. Ich will nicht alle Blocker einmal auf einmal entfernen. Vacuum Energy. Einfach aus dem Grund, dass wir zwar 100 Credits gerade produzieren. Aber wir haben keinen Grund dazu. Ich würde dann die Credits, die wir jetzt haben, lieber zum Beispiel in unsere Flotten investieren. Wir bereiten uns mal auf einen Krieg vor gegen die Kiddeschi. Die Kiddeschi sind erbärmlich. Haben einen Planeten. Haben eine diplomatische Bedeutung von 500. Sind selbst auch Isolationistisch eingestellt. Und ja, eine Welt, alles erbärmlich unterlegen. Die scheinen keinen Alliierten zu haben. Sie mögen uns auch nicht. Sie mögen auch das Königreich der Klen nicht. Und wie beginnt jeder gute Krieg bei Stellaris? Der beginnt natürlich damit, dass wir Ansprüche erstellen. Das wären diese beiden Systeme. Sind die denn gut? Also hier sehe ich jetzt erstmal gar nichts. Gar nichts, aber das könnte strategisch interessant dann sein. Und hier 16 Credits, 16 Mineralien, 9 Ingenieurforschung, mit der wir tatsächlich ganz weit hinten sind. Das könnten wir uns tatsächlich holen. Damit würde ich jetzt erstmal anfangen. Haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen unsere Flotten auch austesten können. Wen haben wir denn hier eigentlich noch? Eigentlich noch. Erste Sintflut, die brauchen wir gleich. Und wir haben die Piratenschlechte. Die Piratenschlechte, die sollen wir hier weiter verarren. Wir haben hier eine Kampfstärke von 10.000. Können hier schon mal hinfliegen. Upgrades gehen gerade nicht. Wir schauen mal bei den Flotten rein. Die sind auch ganz gut am Maximum ausgebaut. Die zweite Sintflut hier oben ist hier. Dritte Sintflut hier unten. Vierte Sintflut ist hier. Die braucht noch Verstärkung. Verstärkung. Was wird denn hier verstärkt werden? Wir gehen mal in den Flottenmanager rein. Wir sind schon dabei, das Ganze zu verstärken. Für die vierte Sintflut. Ja, die vierte Sintflut bauen wir gerade aus. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Wird alles vor Ort produziert. Leider kriegen wir dadurch nicht den Bonus hier von unserem Heimatsystem. Ist halt einfach so. Flotte unterwegs. Und haben wir noch eine Forschung eingestellt, die uns gerade die Einflüsse, Einflusskosten reduziert. Das sieht nicht so aus. Bergbaudrohnenlaser war glaube ich nur so ein Zwischenschritt, weil wir nichts Besseres hatten. Hier bekommen wir mehr Rumpfstärke. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier in den Modus für Ansprüche. Geben 70 Einfluss aus. Das ist nichts. Und geben hier 70 Einfluss aus. 140. Wir können auch das System hier mitnehmen. Was gab es da? Ah, da wird mir auch nichts angezeigt. Wahrscheinlich auch nicht so spannend. Wir nehmen es mal mit. 192. Haben mal die Ansprüche gestellt. Und jetzt lasse ich mal weiterlaufen, Leute. Für die Sintflut-Rettungswesten. Nur für die Kriegsgefangenen. Videogame History. Nur für die Kriegsgefangenen. Ansonsten. Wir können ja schwimmen. Ich hoffe, ihr könnt alle schwimmen. Ihr habt euch nicht nur angeschnallt in den Stream, sondern könnt auch so nicht schwimmen, wenn doch mal irgendwie ein bisschen Wasser reinkommt. Wir sind ja auch eigentlich Aquaten. Wir sind ja nur ab und zu mal am Land, wenn wir hier andere Planeten einnehmen müssen. Archäologische Städte. Die Waffenstillstandsinitiative. Wir müssen uns auf der Mondbasis erstmal erinnern, dass wir hier auf Pentaurum 5a sind. Das ist hier vorne. Dieses System, das wir neu dazu bekommen haben. Und das Ereignis sieht so aus. Fortgesetzte Ausgrabungen der Ruinen auf Pentaurum 5a haben enthüllt, dass die verlassene Basis einst eine massive Militäranlage war, die von der Waffenstillstandsinitiative errichtet wurde. Dies war ein semi-permanentes Bündnis von mindestens fünf. Fünf großen und sehr fortgeschrittenen interstellaren Mächten, die vor etwa 75.000 Jahren in dieser Region aktiv waren. Also quasi dann, als wir alle noch zur Schule gegangen sind. So um und bei. Die genaue Natur dieses Bündnisses ist nicht bekannt, aber es scheint gegründet worden zu sein, um mehrere lang andauernde galaktische Kriege sofort zu beenden. Große militärische Kontingente von jedem Mitglied der Initiative waren auf dieser Mondbasis stationiert. Ein kleines Artefakt für uns. Und weiter geht es. Fähigkeit 6, Schwierigkeit 4, sollte dann nicht allzu lange dauern, bis wir hier eine, was müssen wir würfeln? Eine 14 würfeln werden. Unsere Flotte fliegt mal rüber. Wir haben eben schon einen kleinen Blick geworfen auf unsere Städte. Wir gucken trotzdem noch mal, ob wir hier irgendwo noch mal was bauen müssen. Ich gehe mal ganz schnell mit euch im Eilmarsch durch. Hier könnten wir schon mal in Vorbereitung einen weiteren Stadtdistrikt bauen. Den stelle ich mal ein. Hier haben wir noch einen verfügbaren Job. Immer noch ein bisschen Kriminalität. Aber wir können nicht so wirklich viel machen. Dann haben wir hier noch genügend Slots. Hier sieht es auch gut aus. Ein paar mehr Dienstleistungen wären cool auf dem Planeten. Können wir was noch machen für Dienstleistungen? Sieht nicht so aus. Luxusgüter verteilen ist ja schon aktiv. Weltwein haben wir alles gemacht. Ich will ungern ein Gebäude bauen, was nur Dienstleistungen bringt. Das finde ich immer total mies. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Baut ihr Gebäude einfach nur für Dienstleistungen? Also sowas wie Unterhaltung. Sowas wie Oludiater zum Beispiel. Da kriegt man immer noch Einigkeit dazu. Aber hier Wohnungen und Dienstleistungen. Luxusrezidenzen finde ich total langweilig zu bauen. Ungern. Wir könnten eine Polizeiwache bauen. Aber nicht hier. Hier brauchen wir das nicht. Sklaven, Abwicklungseinrichtung, Tempel, Wirtschaftszonen. Also wir könnten ein Tempel bauen. Das finde ich wieder interessant. Da machen wir Konsumgüter. Aus Konsumgütern haben wir genug. Einigkeit und Dienstleistung. Und das würde doch hier passen. Das ist eine Industriewelt. Aber was ist eine Industriewelt ohne Tempel? Und dann bräuchten wir danach aber wieder einen weiteren Stadtbezirk. haben aber eh nicht genügend Arbeitsplätze. Also es ist ein bisschen in Zukunft geplant. Oder Arbeitsplätze haben wir zu viel. So rum wollte ich das sagen. Stabilität sehr gering. Hier könnte so ein Gerichtsgebäude möglicherweise was bringen. Für die Zufriedenheitswertung. Für die Zufriedenheitswertung. Hier müssen wir zufriedener werden. Ach, hier gibt es die Unruhen. Hm. Das sind diese komischen Xenophilen Leute, glaube ich. Wir bauen mal ein Stadtdistrikt und gucken danach mal, ob uns ein Gebäude hilft. Ich glaube, das war alles. Unsere Flotte ist hier. Passiert noch irgendetwas Spannendes zum Monatswechsel? Ich warte mal, bis wir im April sind. Vielleicht denken ja jetzt... Ist es nicht sicher, aber vielleicht denken die Kedashi. Das ist nur ein April-Scherz. 1. April 2096. Wir erklären euch den Krieg. Ist nur ein Scherz. Ist nur ein Scherz, aber ich will trotzdem alles haben, was ihr möchtet. Es sind nur die hier drin. Wir gehen mal dahin. Drei Ansprüche, kein Kriegsziel. Wir erklären den Krieg, Leute. Attacke! Ihr habt die Waffen gegen die Propheten der Wahrheit erhoben. Ihr steht mit dem Uniserasum selbst in Krieg. Ich finde es ja schön, dass ihr Xenophob seid. Ihr seid auch etwas zu spiritualistisch. Aber ihr könnt doch an unseren Aquarius-Gott glauben. Roter Alarm, Schilde hoch, Attacke. Jetzt können wir hier noch nicht reinfliegen. Jetzt hat das Spiel gecheckt. 2.1106. Komm, wir fliegen mal rein. Mit nur einer Flotte. Und gucken uns in der Zeit mal an, was wir erforscht haben. Wir haben die Bergbau-Drohnen-Laser erforscht. Die fanden wir nicht so spannend. Planetaren-Schild-Generator finde ich auch nicht so spannend. Wir können uns mehr Energie holen. Kolonie-Entwicklungsgeschwindigkeit finde ich jetzt nicht so spannend. Einen Protonenwerfer für einen L-Slot. Macht Panzerung und Rumpf kaputt. Ist, glaube ich, sehr mächtig. Weiß ich nicht. Ist alles irgendwie komisch. Das ist noch sehr teuer. Wie lange dauert das denn? Hier kann ich hier irgendwo auf einen Blick sehen, ohne das einzustellen. Da. Acht Monate. Und das 20 Monate. Ich nehme mal die Quantenfeld-Manipulation. Ich will noch mehr Credits haben, Leute. Dann haben wir noch was erforscht. Was denn? Die Rumpfstärke für die Zerstörer haben wir erforscht. Ah! Woodlife! Liebe Grüße auch an dich! Ja, ich würde ja sagen, es tut mir leid. Aber es tut mir eigentlich gar nicht so sehr leid. Ein bisschen blöd, dass es mit den Arbeitszeiten kollidiert. Aber, naja. Stellaris ist halt auch ein cooles Spiel. Wir freuen uns über mehr Rumpfstärke. Wir könnten ein verbessertes Trägergeschwader uns holen. Setzen wir das gerade ein. Ich glaube, wir haben noch diese Geißeln. Erinnert ihr euch? Nicht an die Geißel, aber an die Geißeln, die wir haben. Korvetten, Rumpf ginge natürlich auch. Und nochmal rumstecken. Das ist eine seltene Tag. Ganz oben würdet ihr nehmen. Die Amöbengeißeln waren das ja. Habt ihr Geißeln genommen im Chat? Echt? Ihr seid ja fies drauf. Ihr könnt doch nicht einfach hier die Amöven versklaven und als Geißeln nehmen. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Wo bin ich hier bloß gelandet? Plasmatriebwerke. Damit könnte man schneller fliegen. Aber wir nehmen mal die seltene Tag. Das hat erstmal Vorrang. Kriegen wir nochmal Rumpfstärke. Plus 100 kann man mal mitnehmen. Rein. Unsere Flotte ist schon mal hier. Die Bodentruppen sind schon mal ein bisschen hinterher gekommen. Wir hatten doch noch... Das könnten wir mal machen. Wir hatten doch eine Spezies uns dazu geholt. Also eingeladen, sich unserem Reich anzuschließen. Die total gut war. Die stark sind. Hier, die Evariten sind da. Sehr stark. Armee, Schaden, plus 40%. Ein bisschen streitsüchtig, ein bisschen einzigängerisch. Wo sind die denn? Die sind ja wohnhaft bei uns. Wo finde ich die? Auf welchen Planeten? Auf zehn Planeten liegen die. Ja. Muss ich jetzt hier alle Planeten durchschalten, wo die sind? Kann doch nicht sein. Wir fangen mal hier an. Haben wir hier die Bevölkerung. Hier, Evariten. Tatsächlich. Hier vor Ort. Dann nehmen wir doch mal... Da haben wir die auch auf Rebolon vielleicht. Auch hier Evariten. Rebolon ginge auch. Oder Steppnar. Auch Evariten da. Was ist schneller? Ist eigentlich egal. Ich nehme mal das hier. Armeen. Wir rekrutieren mal eine Angriffsarmee. Oh, welcher Evariten? Hier gibt es zwei. Ist eigentlich egal, ne? Moral 200... Ne, doch. Moral 200. Gesundheit 300. Kollateralschaden 4 bis 9,5. Dann nehmen wir mal die hier. Produzieren hier mal drei nebenher. Und lassen die dann hier mal mit unserer anderen Angriffsarmee verschmelzen. Jetzt geht's. Ab in den Kampf. Attacke, Leute. Oh Gott. Was ist denn jetzt passiert? Die Schleiergänger-Enklave ist zerstört worden? Nein. Hier vorne. Wir erhalten vermehrt Berichte über die Vernichtung der Schleiergänger im Damia-System. Die Angreifer haben kurzen Prozess gemacht und die Einrichtungen der Schleiergänger in Schutt und Asche gelegt. Es ist seltsam, dass diese Mystiker ihren eigenen Untergang nicht vorhersehen konnten. Oder könnte diese Tragödie Teil eines noch größeren Plans sein? Wer vermag da schon zu sagen, ohne ihre Dienste bleibt die Zukunft dann dunkel? Die ist jetzt hier weg. Hatten wir nicht auch eine bei uns? Hier. Hier sind sie noch da. Mann, Mann, Mann. Irgendwas können wir mit denen bestimmt auch noch Cooles machen. Jetzt wollen wir aber erst mal kämpfen, Leute. So. Wir gehen mal nah ran. Und schauen mal, was passiert. Das ist der Feind. Das sind wir. Geht gut runter. Uvernüre aufgepimpt. Und Wissenschaftler ist angestiegen. Alle kaputt machen bitte hier. Hier ist auch ein Überlichtinhibitor. Das heißt, wir müssen sowieso dieses System als erstes hier einnehmen. Einnehmen sollte aber alles kein Problem sein. Die ist ja auch hier schon fast runtergebombt. Die Misha-Konföderation haben ein Verteidigungsbündnis geschlossen. Mit dem Heiligen Ionischen Reich. Hier sind unsere Landungstruppen. Die begierig darauf warten, dass diese Feste... Ist das doch hier? Oder... Upsala. Entschuldige, bitte. Dass diese Feste hier mal... Wir halten mal an. Wir gucken uns mal diese Festung hier an. Dass die hier zerstört wird. Wie kann man das gut sehen? Oh Gott. So vielleicht. Sieht schon beeindruckend aus. Aber die wird nicht mehr lange halten. In vielen bunten Farben schießen wir auf diese Feste. Teilweise sehr aus der Entfer... Aus dieser Entfernung. Das ist unsere Artillerie. Hier haben wir die Zerstörer. Jetzt geht es hier mal an... Die Station selbst. Okay. Nur minimaler Schaden für uns bisher. Entschuldige, bitte. Und wir gucken uns in der Zeit einmal die archäologische Städte an. Es geht um eine kriegstreibende Partei C. Wer ist denn die kriegstreibende Partei C? Ich behaupte einfach mal, das sind die, die wir gerade angreifen. Weil die hier ein Planeten haben. Oder ein System haben, das Schatib heißt. Das fängt auch mit C an. Es scheinen die Bösen zu sein. Der abgeschirmte Planet in diesem System war die Hauptstadt eines der sich bekämpfenden Imperien. Zu deren Beendigung die Waffenstillstandsinitiative gegründet wurde. Der Name dieses Reiches ist noch unbekannt. Weshalb sie einfach als die kriegstreibende Partei C in allen bisher gesammelten Initiativaufzeichnungen benannt werden. Anscheinend versuchte die Waffenstillstandsinitiative, ein Zeichen an der kriegstreibenden Partei C zu machen. Ein Zeichen? Ein Zeichen an der kriegstreibenden Partei C zu machen? Wie darf ich mir das denn vorstellen? Malen die die jetzt an? Vielleicht wollen sie ein Zeichen setzen. Oder ein Exempel statuieren. Das könnte ich mir eher vorstellen. Was soll denn das sonst heißen? Ein Zeichen an der kriegstreibenden Partei machen. Nachdem sie in ihren Raum eingedrungen waren und mehrere hart umkämpfte Schlachten gewonnen hatten, nahm die Initiative die Heimatwelt von Partei C dauerhaft hinter einem Energieschild gefangen. Auf dem nahegelegenen Mond wurde eine Militärbasis errichtet, um den Schild aufreich zu erhalten und als Reaktion auf den unwahrscheinlichen Fall eines Eindämmungsversagens entgegenzuwirken. Ah ja! Also die kriegstreibende Partei C, so verstehe ich das Ganze. Die ist auf diesem Mond gefangen. Wir erinnern uns, dass da so eine Barriere drumherum war und von dem Mond aus kontrolliert wird. Wollen wir sie dann befreien? Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie wirklich befreien wollen, diese kriegstreibende Partei C. Wir kümmern uns erstmal um unsere eigene Kriegstreiberei. Ah, hier ist noch ein Kreuzer entstanden. Ja, der ist natürlich jetzt im Kreuzfeuer, der Kreuzer. Der geht, oh, der geht aber schnell runter. So, was ist hier passiert? Nicht ausgegebene Staatselementpunkte haben wir. Oh, das ist wichtig. Weil wir die galaktische Verwaltung erforscht haben. Wir können jetzt auch ein Systemregierungssetz machen. Der bringt uns von allem noch ein bisschen mehr. Und die administrativen Bedürfnisse eines Sternenreichs sind so zahlreich wie kompliziert. Wir werden diese Aufgabe meistern. Das machen wir auch. Neue Forschung. So langsam könnten wir uns wieder um mehr Flottenkapazität grümmern. Cell Revitalisierungszentren sind auch cool für mehr Wachstum. Terraforming ist auch cool. Hyperentertainmentform ist wieder so ein Gebäude, so ein Upgrade für ein existierendes Gebäude. Maximale Fähigkeitsstufe für Anführer brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Energiesauber noch nicht. Regulatives Rumpfgewege noch nicht. Terraforming wäre schon cool. Aber kurzfristig, glaube ich, brauchen wir eher die Flottenkapazität. Ich nehme mal das. Dauert länger und ist weniger cool. Um den nicht ausgegebenen Punkt kümmern wir uns gleich. Feinflotten. Ach, das sind die Feinflotten einfach hier. Der Zerstörer ist gleich weg. Ist alles kaputt jetzt hier. Ich glaube, wir haben nicht mal mehr einen Kratzer bekommen mit unseren Chefen, was schon mal sehr nöblich ist. Und für unseren Admiral spricht, der hier kommandiert. Unseren Flottenadmiral. Und um Handeln müssen wir uns auch gleich kümmern. Ich will kümmern, ich will aber erstmal jetzt hier diese Sternenfeste, die das, glaube ich, ist. Endlich mal einnehmen. Ist die jetzt mal kaputt? Ja. Gut, jetzt kümmert sich die Flotte noch um. Gar nicht mehr so viel. Wir können gleich hier bombardieren. Jetzt aber erstmal ein bisschen Administration machen. Haben jetzt die Krumpfstärke bekommen für die Korvetten. Sehr gut. Ripper-Auto-Kanone. Habitate bauen. Kinetische Batterien. Wäre eine Langstrecken-Waffe. Eine große Waffe. Roboter-Montageanlagen. Roboter-Arbeiter. Da haben wir uns, glaube ich, noch nicht so ganz final zu aufgestellt, ob wir sie auch wirklich bauen wollen. Ich finde ja ein bisschen schneller bauen können, wäre schon ganz gut. Wir wollen jetzt hier ein bisschen kriegerisch unterwegs sein. Wir machen mal das. Wir müssen ein neues Staatselement dazu wählen. Das machen wir wie? Regierung reformieren. Hier. So, wir können uns noch einen Perk holen. Wir können bei der Gelegenheit auch hier sagen, ach, wir sind doch eher diktatorisch. Aber nein, noch sind wir imperial. Schwaben sind wir nicht. Maschinen-Eleganz nicht. Unternehmen sind wir auch nicht. Oh, und haben eine Vielzahl an Perks. Eine aristokratische Elite könnten wir uns holen. Wir hätten dann Adelige. Ein Adelsanwesen könnten wir bauen. Okay. Würde für uns ja schon ein bisschen passen, finde ich. Wir sind ja so ein bisschen hochnäsig unterwegs. Bergbaugilden. Mehr Mineralien durch Bergarbeiter. Diplomatischer Chor. Das ist nicht so unser Ding. Eine effiziente Bürokratie. Feudal-Gesellschaft. Funktionale Architektur finde ich langweilig. Halsabschneider-Politik. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Da werden die Erlasse deutlich günstiger. Mal ein Fünftel reduziert. Handelsgilden brauchen wir, glaube ich, nicht. Ein imperialer Kult wäre für uns natürlich auch gut. Ein Erlassfonds plus 100 finde ich auch schon mal interessant. Katalyse. Die machen aus Nahrung Legierung. Weiß ich nicht. Meisterhafte Handwerker sind wir eher nicht. Memorialisten. Weiß ich nicht. Naturschützer passt für uns, glaube ich, auch nicht. Denke ich mal Philosophenkönig. Polizeistart. Mehr Einigkeit durch Telepaten und Vollstrecker. Ein bisschen mehr Stabilität. Würde ein bisschen zu uns passen. Re-Animatoren. Ja, weiß ich auch nicht. Entschuldigt. Wollte gar nicht pfeifen. Sklavenhändler gilt. Das passt wiederum. Verhältnis versklavter Bewohner. Was heißt denn das hier? 35 Prozent. Das könnte schon mal... Haben wir noch so viele Sklaven? Ich glaube, ja. Todeskult sind wir eher nicht. Mit Opfertempeln. Vergnügungssuchende sind wir eher auch nicht. Zwangsarbeitersystem finde ich auch spannend. Ja, was meint ihr, Leute? Was könnte da sinnvoll sein? Sklavenhalter gilden? Polizeistaat. Imperialer Kult. Erlassfonds. Und am spannendsten finde ich Halsabschneiderpolitik und den imperialen Kult. Oder die Sklavenhalter gilden. Die passt auch zu uns. Wie viele Sklaven haben wir denn im Reich? Wir müssen jetzt mal gucken gehen. Wir gehen mal schauen. So. Rechte. Einmal. Das sind alles unsere Sklaven. 1, 2, 43, 143, 157, 163 würde ich sagen. 163. Die sind alle wohnhaft. Und vertragliche Sklaverei hieß noch mal was? Sie können als Arbeiter oder Spezialisten eingesetzt werden, aber haben mehr Politiker. Sklavenbasierte Produktionsboni gelten nur, wenn sie als Arbeiter eingesetzt werden. Okay. Sklavenbasierte Produktionsboni. Und das ist genau das hier. Und wir haben unsere Sklaven ja eher als Spezialisten eingesetzt. Deshalb würde ich das jetzt vielleicht nicht machen. Dann würde ich noch mal schauen, was könnte besser sein. Ist es die Halsabschneiderpolitik? Mit einmal Kult knacken, mehr rutscht es immer nett. Erlasse kosten weniger, ein Fünftel. Oder den imperialen Kult mit einem Erlassfonds plus 100. Was bringt uns denn das? Das hier ist der Erlassfonds plus 100. Plus 100, da könnten wir ja, mäßig viel mitmachen. Weitig kosten schon alle fast 200. Dadurch, dass wir hier mit der Reißausbreitung deutlich über was hier geschossen sind. Nee, stimmt gar nicht. Hat das nichts? Ich hätte gedacht, dass das hier auch mit der Reißausbreitung zu tun hat. Hat es aber offensichtlich nicht. Das sind keine Traditionskosten. Wollen wir hier irgendwas dringend haben? Forschungsumventionen sind immer cool. Agar, Bergbau, Kapazität brauchen wir nicht. Spionagebehörde. So, und dann können wir die Erlasse um ein Fünftel reduzieren. Das finde ich schon interessanter. Zumindest was diese Kampagnen hier eingeht. Die kosten ja 89 pro Runde. Und wenn man jetzt nochmal 20% davon runter nimmt, dann wäre es quasi 16 weniger, 18 weniger, irgendwie sowas. Könnte man sich das schon fast leisten, ne? Tja, was nehmen wir, Leute? Oder was würdet ihr nehmen, ist vielmehr die Frage. Seid ihr eher eine aristokratische Elite? Oder seid ihr eine... Seid ihr für eine Halsabschneider-Politik oder für einen imperialen Kult? Das ist die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. 2. 6. 6.